Willkommen und herzlichen Glückwunsch zu den Winnern der Sprint-Kompetitionen. 1. Position Simon Schämpf, Deutschland. 2. Position Ola Einar Björn-Dalen, Norwegen. 3. Position Evgeny Göranichev, Russland. Simon, der nächste Sprint, der nächste Win, nach Wolfgülsen. Das ist die 7. Weltcup-Win. 4. Individuelle Podium dieser Saison. Und auch ein beeindruckendes Spiel. Kannst du uns über deine Sprint-Kompetition erzählen? Es ist ein tolles Tag. Ich fühle mich gut an den Skiern. Ich bin ein bisschen Glück, weil ich in meinem 2. Lüb. mit einem russischen Lüb. Er war in seinem letzten Lüb. Ich hatte ein bisschen mehr Kraft für meinen letzten Lüb. Und ich denke, dass ich heute wirklich glücklich bin. Hat dein letztes Start-Nummer ein Vorteil? Ich weiß nicht. Ich denke, die Konditionen waren die gleiche. Von der ersten Start-Nummer zu der letzten. Ich dachte, dass wir gestern, dass wir heute noch an 3. O'clock der Stich ist etwas schneller geworden. Aber ich denke, heute war es dran. Es ist dein ganzes Platz im Pugluka. Wie sind die Kurs-Konditionen hier in Pugluka? Kannst du diese Konditionen an den Kompfülsen und Östersund? Die Kurskonditionen waren großartig heute und ich denke, es war das erste Mal mit ein bisschen Winter in Dezember in der Saison. Der langen Downhill mit der Kurve gab es keinen Eis, also war es viel besser als Hupuizen. Ulle, du bist sehr nah am nächsten Winner des Weltklasse Event. Wie realistisch ist es für dich zu erreichen? Ist das ein großer Obstacle für dich? Absolut nicht. Ich fokuse auf jeden Fall. Heute war ich ein sehr guter Result. Ich war sehr stolz auf meinem 2. Platz. Simon war sehr stark. Das war mein bester Rennen für lange, lange Zeit. Ich bin sehr glücklich für die Rennen. Der zweite Punkt ist der Total Score. Ist das auch nicht wichtig für dich? Der Total Score ist eine Zeit in meinem Leben, ich fokuse auf das. Das war in 2008 und ich bin noch nicht fokuse auf das. Die Weltklasse ist für mich viel wichtiger. War es wichtig, heute zu bleiben? Ja, es ist immer sehr wichtig zu bleiben. Heute ist alles so nah. Wenn man einen Fehler macht, muss man so schnell gehen. Es ist sehr schwierig, auf dem Podium zu bleiben. Evgeny, das erste Podium der Saison ist. Wie fühlst du über deine generelle Form? Wie fühlst du heute? Wie fühlst du heute? Es ist heute die erste Predestale in diesem Saison. Was kannst du sagen über deine Form? Was kannst du sagen über deine Form? Wie fühlst du heute Rennen? Wie fühlst du heute? Ich bin sehr froh mit der Form, die ich seit der Weltklasse 1 hatte. Und ich bin sehr glücklich, dass es passiert. Ich bin in sehr guter Form. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das heute gezeigt habe. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ist das Training mit deinem neuen Trainer Rico Gross? Was hat sich seit letzten Saison verändert? Verstehst du einen weiteren Entwicklung für dich? Ich bin ein guter Trainer, Rico Gross. Ich kann sagen, dass er seine Karriere hat. Und ich bin sehr glücklich, dass er mit ihm trainiert. Er denkt wie wir. Er arbeitet mit uns. Er arbeitet mit uns. Er arbeitet mit uns. Er schaut nach der Striebe. Er ist immer mit uns. Und wir gehen mit ihm ein Gespräch. Er ist ein sehr guter Trainer. Es ist nicht lange, dass er bei ihm ein Athletiker war. Es ist ein sehr guter Trainer. Er ist immer mit uns. Er ist immer mit uns. Er ist immer mit uns. Er ist ein guter Trainer. Wir sind in guter Dialog. Es war eine sehr kaltige Entscheidung, über die 3. Platz. Wie hast du und wie fühltest du den letzten Loop von deinem Team? Du hast es gemacht mit Schläпов? Heute war es mit Schläпов. 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 Wie fühlst du dich, wenn du in der letzten Woche fliegst, nachdem du ihn ausgesucht hast? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du ihn? Wie fühlst du mich mit Schläпов. Und natürlich, wenn er schickst, schade und schnell, wie fühlst du ihn vor, wie fühlst du ihn. Es ist normal, wie wir dann mit dem ersten Spiel leben und wir leben zusammen. Und Алексей hat mir eine Chance für das Beispiel zu fahren. in der Brille. Ja, eigentlich, wenn er clean war, nach der letzten Führung, habe ich ihn unterstützt. Es ist nicht so, dass wir seit der Weltcup 1 in einer Wohnung in der Hotel sind. Wir hatten sehr gut Kontakt. Aber ich kann trotzdem sagen ein bisschen Danke, dass er mich auf dem Podium hat. Haben wir noch weitere Fragen? Nein. Vielen Dank.